Endlich wieder Zweiter Weltkrieg. Moment, das klingt jetzt irgendwie falsch, aber ich meine natürlich in Spieleform. 2018 kommt die Battlefield-Serie zurück zu den Anfängen ihrer Geschichte und nimmt sich erneut das Weltkrieg-Setting vor und alle so Yeah, cool. Und dann wird das Spiel angekündigt und kommt raus und alle so Was zur Hölle habt ihr mit Battlefield gemacht? Battlefield 5 legt einen absoluten Fehlstart hin und die Fans sind alles andere als begeistert. Der Ruf eines der schlechtesten Spiele der Reihe macht sich breit und ich kann es gar nicht so verstehen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Battlefield 5 einer meiner meistgespielten Teile der Serie und ich habe auch weiterhin sehr viel Spaß mit dem Spiel. Und gerade jetzt, wo Battlefield 2042 ganz frisch angekündigt ist und so vieles anders macht, denke ich immer mehr, Battlefield 5 ist gar nicht so doof wie ihr denkt. Ich bin seit ewigen Zeiten Verfechter der Battlefield-Serie. Call of Duty, hau mir ab damit. Wenn irgendwo das Battlefield-Thema gespielt wird, kriege ich sofort Gänsehaut. Meine gut zugegeben, 1942 und Battlefield 2 habe ich noch ausschließlich mit Bots gespielt, weil damals hat man auf dem Dorf für ESDN noch pro Minute Geld bezahlt. Das war da nicht so cool. So richtig ging es dann aber mit Bad Company 2 bei mir los. Hunderte Stunden drin versenkt. Battlefield 3, Meisterwerk. Auch hier, hunderte Stunden drin. Battlefield 4 war anfangs super buggy, wurde aber gerettet und ist jetzt ein Fanliebling. Über Battlefield Harline reden wir nicht. Battlefield 1, super Idee mit dem ersten Weltkrieg als Szenario und eine schöne Abwechslung, aber schon sehr anders. Und dann Battlefield 5. Das ist ja schon mal denkbar schlecht gestartet. Der erste Trailer war eine Komposition der absoluten Scheißigkeit, völlig überzogen und überladen, wo man wirklich Angst vorm epileptischen Anfall haben muss. Pseudo-lustige Sprüche in einem viel zu ernsten Thema, halbe Cyborg, Menschen mit futuristischen Prothesen, Soldaten mit Katana. Also schlechter hätte sich Battlefield 5 nicht präsentieren können. Die Fans gehen auf die Barrikaden, weil es zu bunt und zu kiddimäßig rüberkommt. Und die Entwickler kontern mit einem angepissten, kauft's oder kauft's nicht. Nur um dann wieder zurück zu rudern. Die abgefahrenen Customizations fliegen nämlich am Ende doch raus und werden auf authentischere Verkleidungen zurückgefahren. Aber auch nach Release läuft's nicht ganz rund. Es gibt einen Haufen Bugs, denn Netcode, also das Programm, was sich um die Kommunikation mit dem Server und euch kümmert, scheint nicht gut zu laufen. Das Balancing allgemein ist nicht das Gelbe vom Ei. Ich bin zum Beispiel bis heute der Meinung, dass Flugzeuge viel zu overpowered sind. Im weiteren Verlauf fummelt DICE außerdem noch ständig an der Time-to-Kill und an der Time-to-Death rum, also wie lange muss ich auf dem Spieler draufhalten, bis der umkippt oder andersrum, wie viel halte ich aus, um noch zu reagieren. Das größte Problem für Battlefield 5 ist aber der Content. Bisher war es in der Reihe gang und gäbe, dass man extra DLCs mit neuen Maps verkauft. Weil das die Spielerschaft aber aufspaltet, hat man sich bei Battlefield 5 für einen Serviceansatz entschieden. Es sollte also stetig neuer kostenloser Content kommen. Deswegen ist das Hauptspiel auch mit weniger Multiplayer-Karten gestartet als der Vorgänger. Battlefield 1 hatte 13 Karten, Battlefield 5 nur 9. Nur hat sich EA da ordentlich verrechnet, denn was da kam, war viel zu wenig. Es ist ja sogar noch okayisch gestartet. Gleich einen Monat nach Release kam ne riesige Karte dazu und eine ziemlich gute Singleplayer-Kampagne. Aber das war's dann auch erstmal für ne Weile. In den folgenden Monaten speist DICE die Fans mit umgebauten, aber bekannten Karten ab. Obendrauf gibt's Spielmodi, die in Vorgängerspielen von vornherein drin waren. Rush zum Beispiel. Eigentlich super Game-Mode, konnte man aber nur ab und zu spielen. Ich find's eh ne Schnapsidee, Spielmodi nur begrenzt spielbar zu machen. 5 Monate später kommt dann der groß angekündigte Battle Royale-Modus. Eigentlich ist der auch gar nicht so schlecht. Nur wollte den einfach niemand haben. Die Fans schreien zu dem Zeitpunkt schon seit Monaten nach neuen Karten für den Multiplayer. DICE muss aber einfach so viele Ressourcen für Battle Royale und Bugfixing abstellen, dass da nix kommt. Erst 7 Monate später startet dann endlich der Nachschub an normalen Multiplayer-Karten. Aber auch da tropfelt's nur langsam raus. Dafür zumindest stetig. So hätte es aber direkt nach Release sein müssen, dann hätte das Spiel vermutlich ein längeres Leben gehabt. Schon eineinhalb Jahre nach Release, also Mitte 2020, wird der Support für Battlefield V eingestellt. So, und jetzt komm ich hier um die Ecke, nochmal ein Jahr später und mit nem völlig neuen Battlefield am Horizont, das im Oktober rauskommt und will euch sagen, ihr solltet Battlefield V nochmal ne Chance geben? Ja, genau das tue ich jetzt. Denn ich bin in der ganzen Zeit mal mehr, mal weniger am Ball geblieben und muss euch sagen, Battlefield V ist ein super Multiplayer-Shooter geworden und hat fantastische Ideen, die die Serie und die Atmosphäre weit nach vorn gebracht haben. Gerade das Teamplay ist viel stärker in den Fokus gerückt. Das fängt schon bei der Ausrüstung an. Spawnt ihr in einem Spiel, startet ihr nicht mit voller Munition. Supporter, die euch ein Munitionspäckchen zuwerfen, sind also immer Gold wert. Auch die Medics sind noch viel wichtiger geworden, denn seid ihr getroffen, regeneriert ihr nicht nur mal durch kurzes Durchatmen auf volle Gesundheit, sondern nur einen Teil. Erst wenn ihr euer Medipäckchen futtert, bekommt ihr volles Leben und ein neues Medpack kriegt ihr nur beim Sunny. Der ist aber nicht nur beim Support, sondern auch beim Angriff wichtiger denn je. Eines der Standardwerkzeuge für den Medic ist der Granatwerfer mit Rauchgranaten. Die sehen nicht nur schick aus, die sind unfassbar wichtig für den Angriff. Wenn euer Team auf freiem Feld Kanonenfutter ist, nebelt ihr einfach mal schnell alles zu und schon können euch die Gegner nicht mehr sehen und aufs Korn nehmen. Deswegen jetzt auch mal Ansage an euch, wenn ich einen von euch als Medic ohne Rauchgranaten sehe, dann gibt's Mecker. Auch gut überarbeitet ist das 3D-Spotting. Das war ja schon immer steinendes Anstoß bei Battlefield. Genau geht es darum, wenn man einen Gegner sieht, drückt man eine Taste und dann wird die Position vom Gegner für das gesamte Team für ein paar Sekunden auf der Minimap angezeigt. Außerdem kriegt er auch über seinem Kopf so eine kleine Markierung. Ich finde es realistisch, schließlich würde ich meinen Kollegen ja auch Bescheid sagen, wenn ich im Feld einen Gegner sehe. Problem war, dass man auch auf gut Glück auf die Spotting-Taste hämmern konnte. Irgendwen hat man schon markiert. Für Battlefield 5 wurde das überarbeitet und man kann auch einfach so einen Marker in die Welt setzen, ob da jetzt ein Gegner ist oder nicht. Wildes Rumhämmern bringt also nichts mehr. Nur der Aufklärer kann mit seiner Leuchtpistole oder seinem Fernglas Gegner richtig 3D spotten. Wären wir wieder beim Teamplay und so, ne? Aber mein absolutes Highlight kam kurz vor Supportende. Das Pacific Update. Das bringt nochmal vier neue Karten und zwei neue Parteien, Japan und die USA mit ins Spiel. Und seitdem spiele ich eigentlich fast nur noch das. Denn da kommen wir zum Thema Schlachtenatmosphäre. Das wird ja bei Battlefield eh immer groß geschrieben. Ich nehme da mal als Beispiel jetzt hier die Karte Iwo Jima. Serienveteranen kennen die noch aus dem ersten Battlefield. Für das Pacific Update wurde die aber nochmal komplett neu designt. Und meine Fresse. Ich finde, da ist eine der besten Battlefield-Karten aller Zeiten bei rausgekommen. Gerade im Durchbruchmodus. Kurz erklärt, da muss ein Angreifer-Team verschiedene Punkte erobern. Erst dann rückt die Zone weiter und die nächsten Punkte müssen erobert werden. Die Angreifer haben nur begrenzte Tickets zum Respawn. Die Verteidiger müssen dagegen halten und die Angreifer runterschießen. Mit jeder eroberten Zone bekommen die Angreifer aber wieder Tickets zurück. Und vor allem Iwo Jima erzählt unbewusst eine fantastische Story. Denn auf Seite der USA startet ihr von Flugzeugträgern aus und landet an den dunklen Stränden der Insel. Ihr müsst also erst den Strand erobern. Dann geht es weiter den Strand hoch zu den Befestigungen der Japaner. Die Kugeln fliegen euch um die Ohren. Panzer schießen Krater in den Sand und über euch liefern sich Flugzeuge ihre Gefechte. Die Stimmung ist der Wahnsinn. Der Sound wie immer allererste Sahne und die Atmo ist zum Schneiden dick. Das hat beste Didi-Atmosphäre. Und dann geht es weiter die Insel entlang bis zum Suribachi-Berg. Da kämpft man sich erst mühselig durch so ein Höhlensystem. Das ist wirklich ein Menschenschredder. Bis man am Ende in einer letzten Kraftanstrengung und meistens nur noch mit einer Handvoll Tickets bis zum Gipfel des Suribachi stürmt. Im Hintergrund blendet das Spiel dynamisch den fantastischen Soundtrack ein, der sich immer weiter steigert, je weniger Tickets man hat oder je mehr man die letzte Flagge erobert. Und wenn die dann eingenommen ist und man mit einem Blick vom Berg runter auf den Strand den ganzen Weg noch mal sieht, dem man gekommen ist, dann ist das einfach ein fantastisches Gefühl. Man hat sich hier schließlich gerade einmal quer über die ganze Insel gekämpft. Also in diesem Moment verzeihe ich dem Spiel alle Fehler, die es aber durchaus noch hat. Trotzdem, unterm Strich hat Battlefield 5 für mich einen der besten Multiplayer-Parts der Serie und bringt dieses Mittendrin-Gefühl rüber wie kein anderer moderner Shooter. Eure Meinung kann ich da natürlich schwer beeinflussen, vor allem wenn ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt. Trotzdem empfehle ich euch, spielt mal wieder ein paar Runden rein, vor allem wenn ihr schon länger nicht gespielt und vielleicht sogar das Pazifik-Update verpasst habt. Ihr werdet es nicht bereuen. Und, naja, mit Battlefield 2042 und den ganzen Änderungen könnte Battlefield 5 tatsächlich das letzte Battlefield der alten Schule sein. Deswegen, wir sehen uns auf Iwo Jima. Ich würde mich freuen, euch mal einen Headshot zu verpassen. Wir sehen uns auf Iwo Jima.